Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind in Arulco und versuchen die Insel zu befreien. Wenn wir uns die Lage anschauen, hier im Süden haben wir den Balima Slum befreit, was eigentlich noch nicht geklärt ist, ist, wo das Raketengewehr ist. Das habe ich glaube ich vergessen, denn das brauchen wir wahrscheinlich, um den Panzer zu zerstören. Ich habe ein paar Versuche unternommen, es mit dem Granatwerfer zu machen, das ist aber nie besonders gut ausgegangen. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wo das Raketengewehr liegt. Das heißt, das werden wir mal schauen müssen. Vielleicht lassen wir Balima für den Moment mal in Ruhe. Die Frage ist, ob wir jetzt mal hier schauen, was da ist. Irgendwie hätte ich Lust darauf. Ich könnte eigentlich mal das machen. Oder wir gehen hier unten hin und greifen das Nachschubdepot an. Ach, vielleicht schauen wir mal nach, was hier ist. Können wir gleichzeitig auf dem Weg nochmal alles überprüfen, wenn wir schon hier sind. Was hier an Sachen noch herumliegt. Und mit den beiden hier wollten wir Nachschub holen, Depots ausleeren etc. Solche Sachen machen. Das heißt, Moment, die wollen wir auch noch hier hinschicken, denn wir haben eine Lieferung erwartet. Mit den Körperrüstungen, Körperpanzerungen. Wie viele meine beiden Hauptteams wichtig sein dürften. Das braucht man nicht zu stoppen. Was liegt hier herum? Ein paar Waffen, ein bisschen Munition, nichts Dramatisches für sich. Können die gleich mal hierhin weitergehen. Auch hier nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier schon in den vergangenen Folgen angeschaut habe. Ja, das habe ich. Okay. Das waren die. Ich dachte, hier geht es jetzt schon irgendwie los. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier unten hin. Denn irgendwo... Mir sieht es so aus, ob hier irgendwas ist. Und hier sieht man ja auch Häuser. Also hier muss irgendeine Stellung sein. Moment, können wir hier noch schnell schauen. Auch nichts, glaube ich. Ich meine... Gut, wir können jetzt natürlich mal... ...die hier das nehmen lassen. Wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, das war schlecht, dieses Bier. Aber wir können es immer noch mal ausprobieren. Ja. Okay, dieses ist gut. Wodka stelle ich mir irgendwie nicht so hilfreich vor, was die Ermüdung angeht. Gut, dann nun aber die hier. Hier haben wir es. Alles klar. Das heißt, der nimmt jetzt die mal auf. Skyriders könnten wir eigentlich verkaufen. Die brauchen wir definitiv nicht mehr. Und ich glaube, die Diamanten mit den Rebellen wird nicht mehr funktionieren, weil ich sie dummerweise schon verkauft habe. Das scheint nicht mehr... Der Miguel, glaube ich, heißt der Chef von den Rebellen, scheint die nicht mehr anzunehmen. Denn wenn er die annimmt, glaube ich, müsste man ihn anschließend rekrutieren können. Das habe ich dann leider verbockt. Aber gut, lässt sich halt nicht ändern. Kann ich etwas töten? Kann man halt dann nichts mehr machen. Ich habe genug Geld. Ich kann mir inzwischen jeden Söldner holen, den ich haben will. Die, die ich habe, reichen eigentlich inzwischen. Gut, das waren die hier. Dann haben wir das. Alles klar. Dann soll der eine anlegen. Nicht, dass es ihm geben will, dauerhaft. Aber kann sie natürlich angelegt besser transportieren. Hier nehmen wir drei mit. Hier vielleicht zwei und den Rest wieder Westen. Und dann können die mit der Ausrüstung nach Cambria, wo ja unsere Hauptbasis ist inzwischen. Ah, da ist, da ist eine Flugabwehrstellung. Gut, wunderbar. Das passt. Was wollen wir denen noch hier hin? Denn wie gesagt, Flugabwehrbasen müssen wir sowieso ausschalten. Für den Arzt. Und was die Balime oder so angeht, dann können wir zurückgehen und das Raketengewehr holen. Das sollte dann passen. Was ist eigentlich hier mit diesen Häusern, die hier waren? Sind die innerhalb der Reichweite? Äh, wirklich Häuser sind es ja nicht. Ah doch, Truppen, was auch immer. Nun gut. Steroid passt, so mehr oder weniger. Gut. Yes? Hit'em hart! Hier dürfte eine Stellung sein. Wenn wir die mal hier hinterher in Stellung bringen. Yes. Roger. Roger. Hm. Yes. I'm all it. Ready. I hear you. Copy that. Ja, das scheint keiner zu sein. Ready. Okay. Enemy. Doch. Noch jemand hier. Enemy! Enemy! Let's move out. I'm on it. Right? Good. Ready. Copy that. Yes. Roger that. What next? Copy that. Oui? I'm on it. Listening? Yes? Coming true! Enemy! Ja? Okay. Okay. Kann nicht schießen. Noch hinterm Hügel. Ah, klar. I'm on it. Wie geht's weiter? So machen wir. Hm? I'm on it. What a spectacular way to die. I don't feel good. One neck. Yeah? Yeah. Got something? Right eye! There's the enemy! Okay. Und jemand hat den hier. Wer hat das gesehen? Ira. Wie so eine gute Sichtweite. Okay. Ah. Kann ich gesehen, dass hier auch eine Stellung ist. Gut, alles klar. Dann legen wir uns erstmal hin. Gallery exists in Region. Harry has been spotted. Das heißt, wir werden unter Feuer genommen. In Kürze. Moving. Yes? Gottov. Yes? I'm on it. Hm? I'll do it. What next? Copy that. What next? Got him. Yes. Moving. Ja? Gut. Huh? Copy that. Awaiting orders. I'm on it. Mm-hmm. I'm on it. Ah. Copy that. Yes? Ready. Listening. Hmm. I'm on it. Hmm? Yes? Right on. Okay. Enemy. Yes. I'm on it. Let's move out. All right. Jawohl. Jawohl. Yes? Got it. What next? Hmm? Das sollte ihn eigentlich erledigen können, auf diese Art und Weise. Yes. Roger that. Mit zwei Teams anzugreifen ist dann doch sehr hilfreich. Oh. Oh. Was hab ich verpasst? Awaiting orders. Das sieht, dass sie schon wieder einen erledigt haben. You can. Hm? Yeah. I'm all done. Yes. So? I'm on it. Ready. Understood. Ready to move on. Ready. Coming through. Hmm. What? Ready. Yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Copy that. Da. Very well. Hmm. I'll do it. Ready. As you wish. One next. Moving. Ready. Got it? Hmm? Copy that. Da. Ja? Roger that. Was sollte eigentlich kaum nötig sein, da noch andere zum Eingreifen zu stecken? You can confirm! So? Awaiting orders. Давай, давай. Awaiting orders. Ready. No? What's next? Was? Awaiting orders. Yeah? Right. On my way. Hey, look. Malice has been spotted. Okay. Order stay here. Roger that. Here comes trouble. There's soldiers buzzing around. Hm? Jupefell. Awaiting orders. Wurde. Wurde. Yes? All right. Yes. Hm? I hear you. Er hat immer noch ne Trefferchance. Das ist natürlich ziemlich gut. Der Distanz. Ich dachte schon, da hab ich schon wieder einen verloren. I'm on it. I'm on it. My. Another bad. I'm on it. Sollten sie ja nur wirklich fertig werden, würde man jetzt mal erwarten. Okay, hier ist Medica genug, Intelligenz auch, also Maximanship. Jetzt holen wir die mal heran. Lassen wir die wieder aufstehen, nicht, dass der irgendjemanden in den Rücken schießt. Der hat auch eine VSS. Oh, was ist tot. Right on! Davai, Davai! Awaiting orders. I'll do it. What next? I'm all done! Yeah! Enemy exists in the region. Hmm? Sure thing. Sure thing. What next? Got it! Awaiting orders. I hear you. Can't make the shot. And stay there. Can't make the shot. What next? Yeah! What? Awaiting orders. Right on! Ready! Yes? Copy that. Hmm. Roger. Roger. I'm all done. Taking fire! They hurt! Interesting. Are you... Awaiting orders. Okay. One down! Er hat Gutschaden gemacht. Moving. What next? Under slip. We're ready to move on. Hmm? I'm all done. Yeah? You again. Davai, Davai! Hmm? Yeah? Viele können nicht mehr übrig sein. So viele wie ich schon geabascht hab. Vielleicht noch fünf oder so. Coming through! Coming through! Ich will das nächste Thema heranholen. Jawohl! Was? Copy that. All right. Should take a closer look. Something there. There! Right. Here! Soldiers be here! Can't make the shot! Can't make the shot! On my way! Got it. Oui? I'm on it! Suivant! Next? Yeah. Hmm? What next? Right! Yes? 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 Hmm. Coming through! Roger that! Lying around. Um die... One. That! Lying around. Seele hier eventuell zur Wischen. Ah! Anything or there's. Got it? Schiesst ja auch jeder? Nein, nur er. I'm on it. What next? As you wish. Go to sleep, creep! Ich hab mich auch noch nicht ausgekundschaftet. Roger that. Copy that. Anony exists in the region. Okay. Got something? Yes. What next? Got a plan? Got it! Hm? Okay. Kto? Ah. Igen. On my way. Yes. Hm. What next? Okay, if you say so. Okay. 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 Kill confirmed! I'd be really amazing myself if I beat it. Got something? waiting. Awesome. Okay. Okay. One without a complex gun. Should be a problem for me. Ah. ich frage mich wie viele ja ja got something ready what next on my way all right on my way bisschen irritierend dass das noch irgendjemand fehlt irgendwo ist noch einer übrig nur wo eventuell bei diesen hütten da unten das wäre zum beispiel eine option keine sd ok dann hätte sich die frage schon mal geklärt oh keine ahnung wo der auf einmal herkommt und vor allem wie er sich so weit anschleichen konnte aber gut aber es war es immer noch nicht wir haben immer noch nicht den die befragung die komplette befragung bestätigt da kommt der nächste so i'm on it ready i'm on it huh yes i'm on it yes okay ich verstehe nicht wo die polizielle herkommen aber gut wenn ich sie vorher gesucht habe will ich mich ihnen jetzt nicht beschweren dass ich sie finde okay ich brauche gut das war's ich glaube das war's hier wenn hier nämlich noch wer ist die hier können wir aufstehen lassen ich glaube das war's hier genau hier haben wir es wo diese hütten sind roger das da ist wiedergang zu einer hütte die ich nicht betreten kann wie es aussieht hier haben wir alles durch wunderbar es liegt hier schönes herum nachladen mich reicht es es reicht auch hier 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 da haben wir nichts für die hatten wir noch neuner ja gut ich denke da haben wir soweit alles durch schauen wir noch mal alles an ja medizinische ausrüstung könnte die noch eine nehmen auf jeden fall noch mehr davon schon wieder übergewichtig wir hatten nur genug genau das können sie ja hier was abnehmen sollte jetzt mehr oder weniger reichen ein paar sachen zum verkaufen das ist gut für der roid wahrscheinlich gleich mal sowas machen kann okay gott plan Auch hier Angriffe wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Das heißt, ich muss mir ja eigentlich nicht die Mühe machen, die gut auszustatten. Okay, die hat sogar ganz gute Hosen. Steroid, Spektralegends. Das hier ist Camouflage Desert, naja. Das hier. Ja, ist er nicht. Spielt nicht wirklich eine Rolle, glaube ich, aber gut. Ich habe es geschafft. My assignment has come finished what to do now Gun is empty damn it to hell So got it It failed I retry I Hear you My assignment has come finished what to do now Irgendwelche Munitionen wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll Gut dann hätten wir das hier mal befreit Immerhin die zweite Radarstation Keine Ahnung wo die dritte ist aber wenn eine hier ist und eine hier muss die andere hier irgendwo sein Sollte dann relativ wenig Zweifel bestehen Wäre zumindest die logische Position Hier irgendwo Wenn wir die anschließend mal suchen Aber das machen wir dann in der nächsten Folge ich hoffe es war interessant Wenn ja würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und über ein Kommentar für den Algorithmus und ein Abo Zum Abo möchte ich Sie einladen damit wir Sie die nächsten Ausgaben nicht verpassen von meinem hochspannenden Spielen von Back in Action Da wollen Sie sicherlich nichts verpassen Gut dann danke ich für die Aufmerksamkeit und bis bald Sollte Weise Und Frau Ich bin